Hey allihopa, hallo Leute und willkommen zu noch einem Video von Sprich mal Schwedisch. Ich bin Joakim und heute werden wir die drei letzten Buchstaben von dem schwedischen Alphabet angucken. Verrückte Norweger, so sehen die Buchstaben nicht aus und das ist auch die falsche Reihenfolge. Es sollte so sein. So sagen wir das auf Schwedisch und wir haben heute zehn verschiedene Laute zum Durchgehen. Also, lasst uns sofort anfangen. Fangen wir mit diesen Buchstaben an, OR. Also, wenn wir das einfach so lesen wollen, dann sagen wir OR. Und hier haben wir so zwei Laute, äh, wir haben einen langen Laut und einen kurzen Laut. Der lange Laut lautet OR. OR. Sprecht mir nach. OR. OR. Ja, quasi wie auf Deutsch, ne? Ein O auf Deutsch wird auch so auf Schwedisch manchmal ausgesprochen. Also, wenn es um ein O geht. Aber wenn es um ein A mit Kringel geht, dann ist es immer O. Und es ist nicht irgendwie nur ein A mit Kringel, sondern es ist ein O. Und deswegen findet ihr diesen Buchstaben am Ende vom Alphabet und nicht bei A, so wie man auf Deutsch machen würde. Da hat man ja Ä zum Beispiel bei A zu finden und Ö bei O und so weiter. So ist es nicht im Schwedischen. Also habt ihr, äh, habt ihr ein Wörterbuch, dann findet man also O am Ende. Ja. Ein Beispielwort wäre da zum Beispiel O-Rur. Und hier könnt ihr auch, äh, 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 den Unterschied zwischen O und U sehen. Also, es ist ein bisschen kompliziert, dass da wir ja im Schwedischen, also, das O wird auf Schwedisch entweder O oder U ausgesprochen. Und das könnte kompliziert sein. Aber heute geht es einfach nur um, äh, um das A mit dem Kringel. Wir sagen also O dazu und ein Beispielwort wäre O-Rur. Sprecht mir nach. O-Rur. O-Rur. So weit? So weit, äh, so, ja, klar, alles klar. Dann haben wir auch einen kurzen Laut. O. O. Wie in O-T-A. O-T-A. Und O-T-A ist einfach, äh, die Nummer 8 auf Schwedisch. Sprecht mir nach. O. O. O-T-A. O-T-A. Und hier haben wir, das ist eigentlich einen anderen Laut. Also, wir haben hier nicht die lange Version, äh, in einer kurzen Version, sondern wir haben hier einen ganz anderen Laut. Also, die lange Version, kurz, wäre O. Also, O-O. Hier haben wir aber O. Lang wäre das O. O. Fast wie ein A, ne? O. O. Wir haben hier also zwei unterschiedliche Laute. Die eine Version, die lange Version, wird nur lang verwendet. Und die kurze Version ist eigentlich keine Version von, äh, von der langen Version, sondern ist, äh, es ist ein anderer Laut, aber kurz. Kompliziert, aber so ist es. Dann haben wir diesen Buchstaben, äh. Und so würde ich das aussprechen oder ihn aussprechen, wenn ich ihn einfach so sehe. Aber wir haben hier sogar vier unterschiedliche Laute. Nehmen wir wieder einen langen Laut. Wir haben äh. Äh. Wie in Räkna. Räkna. Sprechen wir nach. Äh. Äh. Räkna. Räkna. Das heißt, zählen auf Schwedisch. Und kurz. Haben wir äh. Und das ist hier doch, aber derselbe Laut, aber kurz. Also nicht so kompliziert, einfach nur äh. Kurz sagen. Äh. Äh. Wie in Fem. Fem. Das heißt, fünf auf Schwedisch. Wir haben also, wir haben also äh. Und äh. Sprechen wir nach. Äh. Äh. Räkna. Äh. Äh. Fem. Fem. Okay? Und dann haben wir etwas Besonders. Sondern. Nicht sondern. Sondern. Äh. Zwar. Zwar haben wir ein Ä-Laut vor R. Und dann wird es ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen. Wir haben hier also äh. Nicht äh. Sondern äh. Äh. Wie in La-Ra-Re. La-Ra-Re. Das ist dann ähm. Etwas offener. Würde ich sagen. Äh. Nicht äh. 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 Okay? Sprechen wir nach. Äh. Äh. La-Ra-Re. La-Ra-Re. Und. Dieser Laut gibt es auch in der Kurzform. Und äh. Ist dann. Wird dann gleich ausgesprochen. Nur kurz. Also es ist nicht wie beim O. dass es unterschiedliche Laute sind. Die kurz und lang sind. Sondern hier wird es einfach nur kurz ausgesprochen. Wir haben äh. Äh. Okay. Äh. Äh. Nehmen wir da zum Beispiel äh-da. Äh-da. Das heißt so viel wie Erbser auf Schwedisch. Äh-da. Sprechen wir nach. Äh. Äh. Äh-da. Äh-da. Also äh. La-Ra-Re. Äh. Äh-da. Nicht. Le-Ra-Re. Und. Äh-da. Hört ihr den Unterschied? La-Ra-Re. Le-Ra-Re. Äh-da. Äh-da. Dann haben wir den letzten Buchstaben im schwedischen Alphabet. Wir haben äh. Und hier haben wir wie beim äh auch vier unterschiedliche Laute. Und sie funktionieren genauso. Aber wir sagen nicht äh, sondern wir sagen äh. Also haben wir erst äh. Äh. Wie in Öl. Und das heißt nicht Öl, sondern Bier auf Schwedisch. Öl. Öh. Sprech mir nach. Sorry. Habe ich vergessen zu sagen. Sprech mir jetzt nach. Öh. Öh. Öl. Öl. Und dann haben wir die Kurzform oder die kurze Version. Die lautet so. Öh. Ziemlich einfach. Ist einfach kurz, ne? Ist einfach öh. Kurz. Öh. 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 Da haben wir zum Beispiel das Wort öppna. Das heißt öffnen auf Schwedisch. Öpna. Öpna. So. Sprech mir nach. Öh. Öh. Öpna. Öpna. Also öh. Öl. Öpna. Dann haben wir dasselbe Ding wie mit dem Ä. Wir haben also ein Ö-Laut vor R. Und der klingt so. Öh. Öh. Wie in Öra. Das heißt Ur auf Schwedisch. Öra. Öh. Sprech mir nach. Wie immer. Öh. Öh. Öra. Öra. Und wir haben hier natürlich auch die kurze Form. Öh. Öh. Wie in Öt. Öt. Und das heißt so viel wie etwas. Was hier. Ne? Hm, hm, hm. Öt. Öt. Kräuter. Klar, Kräuter. Sprech mir nach. Wieder. Öh. Öh. Öt. Öt. Wir haben also hier, wenn ihr jetzt den Unterschied hören wollt. Dann haben wir hier also Ö und Ö. Öh. 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 Und wenn ihr jetzt den Unterschied hören wollt, dann klingt es also so. Öh. 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 Öhra. Öh. Es klingt ein bisschen gequetscht, wenn ich das versuche zu sagen. Öhra. 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 Und Öh. 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 Wir haben also Öt und nicht Öt. So, meine Lieben, das war alles für heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gelernt. Und wenn ihr noch Probleme habt, diese Buchstaben auszusprechen, dann zurückspulen. Wie in 95. Öhra. Ihr könnt jetzt einfach, einfach klicken. Oder hier am Ende könnt ihr einfach diesen Symbol klicken. Dann könnt ihr alles wieder von vorne schauen und versuchen, alles auszusprechen. Öh. Für, öh. Für das Verständnis ist es nicht, also für mich als Schwede, ist es kein Problem, wenn ihr das hier jetzt alles falsch aussprechen würdet. Aber, man wird euch, man wird euch anhören, dass ihr ja nicht aus Schweden kommt. Und, äh, für manche, also manche wollen, ja, so gut wie möglich alles aussprechen. Äh, so wie ich zum Beispiel. Und deswegen, äh, habe ich dieses Video gemacht. Es ist ein bisschen, äh, ein bisschen kompliziert vielleicht. Aber, jetzt habe ich mein Bestes getan, so dass ihr, äh, wisst, wie man das, wie man diese drei extra Buchstaben aussprechen. Sprecht. Hat euch dieses Video gefallen? Dann bitte abonniert für mehr Videos über Schwedisch. Und, ja, ein Daumen hoch wäre nicht schlecht. Oder ein Daumen runter. Ist mir egal. Bisschen, äh, bisschen, äh, Engagement macht immer gut. Ist, ist scheißegal. Möchtet ihr Schwedisch lernen? Dann geht bei sprichmarschwedisch.com für kostenlose Audiolektionen und Vokabellisten. Und möchtet ihr mit mir chatten? Dann gibt's Discord. Warum hab ich so gemacht? Ich wollte kein T-Shirt zeigen. Discord ist, ja, virtuell. Ist es, äh, im Internet, ist es im Computer, ist es eine App. Da könnt ihr mit mir chatten. Und andere von, äh, hier. Und möchtet ihr diesen Kanal unterstützen? Dann gibt's einen Patreon-Account oder ihr könnt ein paar T-Shirts kaufen. Alle Links in der Infobox. So. Und wir, äh, hier mach ich Schluss. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Hej då! Bis zum nächsten Mal.